Jared fordert sogar den härtesten Security-Mann zum Arndrücken heraus und... Es ist ein Tier einfach. Unschlagbar. Nein! Der Nackige ist wie immer der Bassist. Sein Hang zur Freikörperkultur brachte Jared Hasselhoff auch schon einen Aufenthalt in einem russischen Gefängnis ein. Gut, dass man in Deutschland toleranter ist. Nach dem Arm los. Nicht wundern. Das Opfer arbeitet für die Plattenfirma der Bloodhound Gang und macht gute Miene zum nassen Haupt. Es lebe Rock'n'Roll.